Die holländische Nationalspielerin Dagmar Boum ist eine von vielen Neuverpflichtungen, die wir diese Saison beim VfB verzeichnen dürfen. Schon in ihren frühesten Kindheitstagen infizierte sich Dagmar mit dem Volleyball-Virus. Von der 430-fachen holländischen Nationalspielerin Vlija inspiriert, begann Dagmar schon bald das Vereinsleben. Von der 430-fachen holländischen Nationalspielerin Vlija inspiriert, begann Dagmar schon bald das Vereinsleben. Ich bin in einem Home-Town in Vennrhein mit Active Roy. Dann ging ich in ein paar andere Klubs, um mein Spiel zu verbessern und besser zu werden. Dann fragte ich mich für ein Talent-Team Papendal, das ist wie ein Bildungs-Team. Ich spielte das für zwei Jahre in der Eredivisie, das ist die erste Bundesliga, aber dann in den Niederlanden. Als Nationalspielerin hatte Dagmar Angebote von einigen Vereinen, entschied sich aber für die Wölfe. Gute Einzelspieler machen noch kein Team aus. Deswegen ist Dagmar auch besonders der Zusammenhalt innerhalb des Teams wichtig. Ich mag meine Team-Team-Team-Team-Team. Wir gingen auf eine große Shirt, als wir uns zuerst kennengelernt haben. Als wir auf den Topf kamen, war alle wirklich schweig und alles. Also haben wir lernen, dass sich uns am schlimmsten ansehen. Das war echt lustig. Ich denke, wir haben ein gutes Team. Alle haben gute Sprache. Es ist Spaß, mit uns zusammenarbeiten. Und ich denke, wenn es Spaß macht, mit uns zusammenarbeiten, wird man besser und besser. Das ist richtig toll. Neben all den großen sportlichen Ambitionen gibt es natürlich auch noch die private Seite von Dagmar außerhalb des Sports. Willkommen in Suhl Dagmar Boom, auf das du deinem Namen alle Ehre machst.